So, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Auslosung des Gewinnspiels Nummer 4, wo ihr 10 Steam Keys gewinnen konntet. Ich habe schon mal was vorbereitet und zwar haben wir hier einmal die Liste mit allen Teilnehmern. Ich kopiere die gleich mal, dann gehen wir mal auf random.org. Ich mische ein paar mal die Liste durch. So, da ist sie dann einmal durchgemischt worden. Und dann, wir haben 49 Teilnehmer. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Glück. Ich werde auch gleich alle 49, also alle 10 Keys auslosen und dann die Gewinner im separaten Bild am Ende des Videos hinzufügen. Und wie ihr den Key kriegt, ist ganz leicht. Ich schreibe euch eine Facebook-Nachricht. Also jedem Gewinner schreibe ich eine Facebook-Nachricht mit einem Codewort. Und ihr schreibt dann an gewinnspiel-at-tentakel.me eine E-Mail mit diesem Wort. Und ich schicke euch dann per E-Mail euren random Steam Key zu. Ganz einfach. Ich schreibe das auch alles nochmal in die Beschreibung, wie ihr das macht. Nochmal die E-Mail-Adresse. Und dann wünsche ich euch allen viel Glück. So, dann geht's mal los. So, folgende Nummer haben gewonnen. 45, 31, 7, 32, 28, 21, 6, 12, 22 und die 3. So, nehmen wir mal das hier kurz zur Seite. So, die 45. Fangen wir mal an. Das ist der Christian Wagner. Dann haben wir die 31. Den Dominik Salge. Die 7. Lukas Almeida. 32 ist das Christoph Stemmer. 28 ist Robin Pasch. Die 21. Rage Raven. Die 6 ist Ayub Kubanov. 12 ist Manuel Rocco. Die 22. Nadine Büttner. Und die 3. Thomas von Folgt. Ich hoffe, ihr kriegt was Gutes in den Random Steam Keys. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und dann bin ich mal raus.